Die österreichische Nationalmannschaft trifft im ersten Spiel in der UEFA Nations League auswärts auf Bosnien-Herzegowina. Die Gastgeber konnten bereits einen Auswärtssieg gegen Nordirland einfahren, Österreich startet am Dienstag ab 20.45 Uhr im Live-Ticker erstmals durch. Bosnien-Herzegowina, Österreich, Termin, Anstoßzeit, Stadionbegegnung Bosnien-Herzegowina, Österreich, Datum 11. September 2018, Anstoß 20.45 Uhr, Stadt Zeneca, Stadion, Belinopolje, Schiedsrichter Adibuki, Frankreich, Österreich gegen Bosnien, Livestream und Infos zur TV-Übertragung der ORF zeigt den Auftakt zur Nations League Live im österreichischen Fernsehen ab 20.15 Uhr. In Deutschland und der Schweiz überträgt der Online-Streaming-Dienst DAZN die Partie live. Ab Mitternacht kann man auch in Österreich das Spiel im Re-Live nachsehen. DAZN zeigt alle Länderspiele aus der UEFA Nations League der EM-Qualifikation 2020 und der WM-Qualifikation 2022 live, den Großteil davon exklusiv. ÖFB-Team in Bosnien, wo gibt's einen Live-Ticker? Spox tickert alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live mit. Zum Spiel gegen Bosnien-Herzegowina geht's hier entlang, Bosnien-Herzegowina vs. Österreich, das Head-to-Head-Datum Heimaus-Wertspielort Ergebnis 24. März 2001 Bosnien-Herzegowina Österreichs Arajevo 1, 109.05.2001 Österreich Bosnien-Herzegowina Wien 2, 031, 03, 2015 Österreich Bosnien-Herzegowina Wien 1 zu 1 Österreich gegen Bosnien-Herzegowina So spielte der FB beim bislang einzigen Sieg am 5. September 2001 gelang dem FB-Team der bislang einzige Sieg gegen eine Auswahl aus Bosnien-Herzegowina. Im Ernsthappel-Stadion setzte sich Österreich angeführt von Andi Herzog mit 2 zu 0 durch. Trainer Otto Baric setzte auf ein 5-4, 1. Im Doppelpack von Herzog in der 38. und 87. Minute brachte den ÖFB auf Kurs. Spox lässt die damalige Elf hochleben. Abwehr, Walter Kogler, 33 Jahre, FC Wacker Tirol. Gilbert Prilasnig, 28 Jahre, Aris Saloniki, Griechenland. Michael Bauer, 32 Jahre, FC Wacker Tirol. Martin Hieden, 28 Jahre, FK Austria Wien. Robert Ibertsberger, 24 Jahre, FC Wacker Tirol. Mittelfeld, Thomas Flögel, 30 Jahre, hat auf mit Lodien, Schottland. Dietmar Kühlbauer, 30 Jahre, VfL Wolfsburg. Andreas Herzog, 32 Jahre, Werder Bremen. Sturm, Iwika Westig, 31 Jahre, SK Sturm Graz. Mario Haas, 26 Jahre, SK Sturm Graz. Aufstellungen, so könnten beide Teams spielen. Bosnien-Herzegowina, Seic, Erzurum Spur, 13, Todorovic, RB Salzburg, 4, Sunic, Dynamo Moskau, 34, Zucanovic, Ginoa, 26, Civic, Sparta Prag, 2, Besik, Everton, 32, Chimiro, Standard, Lüttich, 13, Janik, Juventus, 80 oder Sarik, Suvon, Blue Wings, 7, Viska, Istanbul, Basaxe, hier, 35, Dzeko, Asroma, 94, Duljevic, Dynamo, Dresden, 12, Österreich, Lindner, Gresshoppers, Zürich, 20, Dragovic, Beyer, Leverkusen, 66, Prödel, Wortfahrt, 70, Hinteregger, FC Augsburg, 32, Leiner, Salzburg, 8, oder Lazzaro, Hertha, BSC, Berlin, 14, Grilic, 1899, Hoffenheim, 12, Ilsan K.R.B. Leipzig, 30, Alaba, Bayern München, 64, Schöpf, Schalke 04, 19, Burgstaller, Schalke 04, 20, Arnautovic, West Ham United, 73, Werbung Sous-titrage ST' 501